Hallo ihr Lieben, heute haben wir den 13. Dezember und ich habe schon mal das Türchen für euch geöffnet und ich sehe, es ist ein Wichtelmädchen drinnen. Ich habe es auch gleich sofort ausgepackt. Es hat ein rosenes Oberteil an mit einem weißen Kragen und eine Bordeauxfarbene Hose und es hat lilane Schüchen, die finde ich immer total bezaubernd und es hat noch die Zipfelmütze passend zur Farbe der Hose und jetzt kommen noch die Wichtel für euch. Viel Spaß! Chef, Entschuldigung, aber ich war so krank gewesen, dass ich gar nicht arbeiten kommen konnte. Das ist schon in Ordnung, Hauptsache du bist jetzt wieder gesund. Hallo Avis, ich bin Esmevis. Entschuldige bitte, aber ich konnte nicht arbeiten kommen, ich war so krank. Hallo ihr lieben Kinder, wir hoffen, dass ihr nicht auch noch krank seid. Wenn ja, bleibt lieber zu Hause und legt euch ins Bett. Genau, und Oma soll euch eine schöne Hühnersuppe kochen. Bis morgen! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020